Ford patentiert eine neue Zusatzbatterie am Dach. Ob das eine sinnvolle Entwicklung ist, das schauen wir uns heute mal genauer an. Außerdem bringt Volvo einen kleineren, aber hochwertigen Einstiegsstromer ab 36.000 Euro. Die Preise des Opel Astra Electric sind da, der Renault 5 bekommt Vehicle to Grid und bei den Erlkönigen, da haben wir einen neuen Tesla für euch gesichtet oder den Tesla der nächsten Generation, wie ihn manche nennen. Dann haben wir noch zwei weitere Erlkönige für euch und zwar den Fiat 600 und auch den 1000 PS Porsche Taycan am Nürburgring. Versucht hier Porsche, den von Tesla kürzlich erstellten Rekord, wieder zu brechen? Ahoi und herzlich willkommen zu den Elektroauto News der Woche. Ja, wenn ihr bereits ein E-Auto habt, dann könnt ihr jetzt mit der THG-Quote und E-Prämie zusätzlich Geld bekommen. Wir haben dafür unser THG-Portal geschaffen, damit ihr in nur 60 Sekunden 100% fair zu eurem Geld kommt. Und an diesem Link hier oben gibt es alle Infos dazu. Ja, legen wir gleich los mit dem Volvo EX30. Dieser hat nun Weltpremiere gefeiert und er könnte Elektromobilität für ganz viele ganz spannend machen. Warum? Schauen wir uns das mal genauer an. Der EX30 ist ein kleines, schickes SUV mit großstadttauglichen Abmessungen, 4,23 Meter Länge, 1,84 Meter Breite und 1,55 Meter Höhe. Entsprechen in etwa den Größenverhältnissen eines VW ID.3 mit einer etwas erhöhten Sitzposition. Plattformmäßig wird auf die SEA-Plattform von Chile zurückgegriffen, auf der auch der Smart Hashtag One aufbaut. Im elektrischen Volvo SUV soll damit eine Leistung von bis zu 428 PS geboten werden. Das ist eine ganze Menge. Mit dem damit verbundenen 64 kWh Netto-Akku ist eine WLTP-Reichweite von bis zu 460 km möglich. In Verbindung mit diesem Akku gibt es auch eine Single-Motor-Variante mit bis zu 480 km laut WLTP. Vor allem wegen des Preises denken wir aber, dass die Version mit dem kleineren 49 kWh Akku die spannendste sein könnte. Diese kostet nämlich nur 36.590 Euro, unter Anführungszeichen natürlich nur, bietet aber immerhin noch 344 km WLTP-Reichweite und ist damit ideal für Großstadtbewohner oder Leute aus dem Umland und vielleicht Pendler, die nicht die Mega-Reichweite benötigen, aber dennoch ein Elektroauto mit Premium-Anspruch fahren möchten. Immerhin bedient sich der EX30 designtechnisch unter anderem auch an ein paar Elementen aus dem Polestar 2, so zum Beispiel die Rückleuchten. Der Innenraum ist sehr clean und minimalistisch gehalten und setzt stark auf Digitalisierung, wie man es auch vom XC40 Recharge und auch dem Polestar 2 kennt. Also ein echtes Premium-Feeling halt. Damit könnte der Volvo EX30 tatsächlich zum Bestseller in dem Segment werden. Was meint ihr dazu? Ist der Einstiegspreis von 36.000 Euro zu teuer oder ist das mal ein gutes E-Auto zu einem vernünftigen Preis? Wie ihr wisst, könnt ihr ja noch Förderungen auch noch bekommen fürs Elektroauto und dann könnte der Preis durchaus spannend werden. Ab damit in die Kommentare, ob ihr den Preis doch immer für zu hoch haltet oder ob ihr sagt, ja das ist mal ein echt richtig guter Preis für ein gutes Premium-Elektroauto. Kommen wir nun zu Ford und einer neuen Idee, wie man E-Autos noch verbessern könnte. Ford will nämlich einen Akku-Range-Extender am Dach. Ja genau, so wie eine Dachbox, nur mit Akkuzellen darin, für extra Reichweite. Ford argumentiert seinen Schritt damit, dass Expeditionsautos ja auch über einen Zusatztank verfügen, um in der Wüste oder sehr große Distanzen zurücklegen zu können. Und genau sowas hat sich Ford nun auch für E-Autos in Form von Zusatzakkus patentieren lassen. In dieser Patentierschrift, muss man sagen, befindet sich auf dem Dach eines Geländewagens tatsächlich eine Art Dachbox als Energiespeicher. Von dort führt ein Kabel heraus, welches über den Ladeport mit dem Elektroauto verbunden werden kann. Was für eine Kapazität diese Batterie hätte, ist noch nicht bekannt. Nachteilig ist nämlich das Mehrgewicht durch dieses Element sowie der Luftwiderstand bei höheren Geschwindigkeiten, welcher für mehr Energieverbrauch auch sorgen könnte. Wie viel Zusatzreichweite mit sowas auch wirklich generiert werden könnte, ist unserer Meinung nach doch sehr oder mehr als fraglich. Was meint ihr dazu? Würdet ihr euch so einen Zusatzakku aufs Dach schnallen wollen? Habt damit mal in die Kommentare. Oder denkt ihr, ja, sowas kann man auch vielleicht besser umsetzen? Oder ist es gar nicht mehr notwendig, sich über die Reichweite Sorgen zu machen oder gar Ängste zu haben? Schreibt mir das bitte alles in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Ich finde dieses Thema interessant, aber so eine Dachbox ist für mich schwer vorstellbar. Aber ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wir machen weiter und kommen nun zum Opel Astra Electric. Dieser wird ja im Laufe des Jahres noch ausgeliefert werden und nun hat Opel auch die Preise dazu veröffentlicht. In der derzeit einzig verfügbaren Ausstattungslinie GS kostet das Modell 45.060 Euro in Deutschland. Allerdings ist GS ja die Bestausstattung. Es wird den elektrischen Astra somit in Zukunft auch ein wenig günstiger geben. Das Fahrzeug wird 418 Kilometer WLTP-Reichweite haben und über das bekannte Stellantis-Paket verfügen. Also 51 Kilowattstunde Netto-Akku und 156 PS an der Vorderachse. So, bevor wir uns noch dem Renault 5 widmen, wollen wir noch ganz kurz auf eine neue Unfallstatistik von Teslas Autopiloten eingehen. 17 Tote bei 736 Autopilot-Unfällen, obwohl Elon Musk den Autopiloten für sicherer als den Menschen hält. Was in den Artikeln auch erst später erwähnt wird, ist, die Anzahl ist aus den gesamten USA über die letzten vier Jahre. Zwar sind elf davon in den letzten zwölf Monaten passiert und jeder Verkehrstote ist einer zu viel. Doch ohne Vergleiche mit generellen Zahlen ist eine Interpretation dieser Werte dennoch nicht möglich. Insgesamt sind nämlich rund 40.000 Menschen in den USA im letzten Jahr im Verkehr zu Tode gekommen. Teslas Autopilot hat hier also einen verschwindend geringen Anteil von nur 0,028%. Die Häufung der Unfälle ist natürlich dennoch zu beachten, kann sich aber genauso damit erklären lassen, dass Tesla nun in den USA für alle mit dem FST-Paket die Funktion freigeschalten hat und nicht mehr nur für eine kleine Gruppe an Betatestern. Ist Teslas FST nicht sicher oder würdet ihr dem Tesla Autopiloten vertrauen? Schreibt es uns doch gerne mal in die Kommentare. Und jetzt schauen wir noch rein zu unseren Erlkönigen der Woche und da starten wir bei einem verdeckten Tesla. Davon gab es in den USA in den letzten Monaten schon einige und es handelte sich dabei immer um das Tesla Model 3 Project Highland. Nun aber ist auch die hintere Dachlinie und der Kofferraum abgedeckt gesichtet worden, was Fragen aufwirft, was sich darunter wohl verbergen mag. Einige meinen, es wäre ein Versuchsträger auf dem Model 3 Basis für den Tesla der nächsten Generation. Aber wir werfen mal die Frage in den Raum, ob es nicht doch das Model 3 Project Highland sein könnte und das vielleicht mit einer größeren Heckklappe kommen soll. So wie beim Tesla Model S zum Beispiel. Was glaubt ihr? Was verbirgt sich unter dieser Abdeckung wohl? Sagt es uns in den Kommentaren. Wir machen weiter und zeigen euch nun ein Video von Fiat. Da wird nämlich erstmalig offiziell der Fiat 600 gezeigt und zwar ganz ohne Tarnung. Schickes Auto, wie wir finden. Technisch und größenmäßig wird er sich im Bereich des Jeep Avenger befinden, den wir für euch übrigens bereits getestet haben. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben. Und jetzt noch eine Sichtung vom Nürburgring. Die grüne Hölle, die anspruchsvollste Rennstrecke der Welt. Dort ist nämlich gerade ein Porsche Taycan unterwegs mit spezieller schwarzer Folierung und einem auffälligen Heckspoiler. Gut möglich, dass dies der Turbo GT mit 1000 PS sein könnte. Und damit erinnern wir uns an den kürzlichen Streckenrekord des Tesla Model S Plaid, welcher kürzlich den Taycan auf Platz 2 versetzt hat. Porsche hat das natürlich nicht gefallen, so wie wahrscheinlich allen deutschen Autobauern nicht. Und wenn Porsche sich das nicht gefallen lässt, arbeiten sie vielleicht schon an einem neuen Rundenrekord. Was meint ihr? Ab damit in die Kommentare. Schafft Porsche diese 8 Sekunden aufzuholen? Wir haben euch davon berichtet, wie das Tesla Model S sich den Rekord zurückgeholt hat. Das Video dazu, das gibt's hier oben. Jetzt kommen wir noch zu unserem Kommentar der Woche. Das wertvollste Kommentar hat diese Woche Gruselguru geschrieben, indem er die Frage im Jeep Avenger Video beantwortet hat, ob das Innenraum-Element in Wagenfahrbe kommt. Danke auf jeden Fall an dieser Stelle. Du bekommst dafür unsere Mikrofasertücher gratis zu dir nach Hause geschickt. Bitte schick uns noch dein Adresse an diese E-Mail. Das Jeep Avenger Video werde ich euch nochmal am Ende des Videos verlinken. Und das hier waren noch die lustigsten Kommentare der Woche. So, das war's schon mit den News. Wir hoffen natürlich, dass es euch wie immer gefallen hat. Falls ja, gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben. Und über einen lieben Kommentar freuen wir uns natürlich auch immer. Abonniert auch den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir sehen uns ganz bald beim nächsten Video. Bis dahin, passt auf euch auf. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Bis dann. Ciao. Bis dann.